So, weiter geht's. Alles okay bei dir? Ja. So okay. Ähm, Kerl, wir arbeiten jetzt schon länger zusammen. Ich hab aber nie gesehen, dass du sowas gemacht hast. Wir haben vielleicht das zusammen durchgemacht. Also, ich weiß, was du für mich riskiert hast. Und ich kann dir das nicht zurückzahlen. Dann vergisst du es einfach. Im Ernst. Oh, wir denken hier kein Kopf. Aber, wie bist du? Nichts sicher sein. Äh, vielleicht solltest du... Naja... Okay, ich brauche nur meine Tasche aus meiner Mutter. Der Bass schuldet mir was. Bist du nicht gerade auch... Arschhörter? Ja. Du lässt mich ne Weile nicht sehen. Ja. Ja, okay. Okay, Kerl. Oh, wir sind alleine. Ja. Der Bass liegt nicht. Ich bin seitdem Heimler. Ja. Schwert nicht lösen. Szitz. Ja. Ja! Ja, ey, ey. Ja. 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 Ich bin auf unsere Nase. Hm. Ich kenne die Tür nicht auf. Oder doch. Nur haben wir gerade was anderes. Hm. Herr 2-T2. So. Ich hab der Alarm mal nicht so gut was Gutes zu bedeuten. Oh. Mein Schüler, du musst mir jetzt gut zuhören. Vertraue. Nur der Macht. Ja. Und was geht hier vor? Stopper. Hm. Was soll das eigentlich? Weil ich bei dem Wetter draußen rumstehen. Sind das schon alle? Ja, zweite Schwester. Wir suchen einen gefährlichen Flüchtling. Wie was? Keinen normalen Anarchisten, sondern ein Mitglied des verräterischen Ordens der Jedi. Wird der Verräter nicht überstellt, folgt eine Anklage wegen Aufwiegelei. Nein. Stell dich selbst. Sonst werden alle hier gemeinsam hingerichtet. Oh. Ich denke, jemand sollte mal vortreten. Ich, äh... Ich arbeite hier schon eine geraume Zeit. Schon lange vor dem Krieg. Wir richten Schiffe wieder her. Die besten der Galaxis. Dann kam das Imperium. Und Ingenieure? Und zu Schrottsammlern. Die Arbeiter... wurden übervorteilt. Wow. Wir alle kennen die Wahrheit. Wir sind nur... Ängstliches zu sagen. Für das Imperium. Doch alle entbehrlich. Ja. Seid ihr. Ich glaube, wir haben uns verraten heute. Ich hab den Heli. Aua. Was ist das? Überprüfe die Störung. Das tut weh. Keine Bewegung. Wie kommst du hierher? Gefallen? Ganz ruhig. Blinder Passagier. Ha! Eindringlich! Bitte zu mir nicht! So. Erledigt. Will noch wer? Was ist das über den Funke? Ein Täti? Ne, was ist das? Der kommt nicht vorbei. Der Verräter! Feuer! Er haut ab! Hör mal! Kontakt bestätigt! Er schießt sie! Nur du und ich abschauen! Ich werde deine Verteidigung durchbrechen! Putin euch! Bin unterwegs! Los! Los! Attacke! Was? Wir willst versiegen! Der Jedi ist verbunden! Geht er nicht! Komm dir nicht lebens weg! Du wirst einen Fehler machen! So! Hier muss ich auch was interagieren! Aber eigentlich darf es erst einmal nicht verarbeiten! Cool! Ich kann raus! Oder nicht? Noch ein Ausweg! Tschüss! Oder auch nicht! Oh! Ich bin weg! Okay! Geht sie rein? Scheinbar nur! Ich habe mich stattdessen ausgeruht! So bereite ich mich vor! So bereitest du dich auf den Tod vor! Ausruhen kannst du dich, wenn du tot bist, Sturmtruppler! Und jetzt? Könnte ich nicht weitermachen oder was? Ich bin weg! Ein Jedi! Und er ist geschmückt! Meine Güte! Ist das vorbei? Ist er tot? Ja, schon mal! Da war ein Geräusch. Es ist der Jedi. Macht ihn fertig. Bleibt rot. So, erledigt. Aua. Sollte mal da weg. Ich werde eine Lücke finden. So, parieren. Jetzt sind die Mucking-Objekte mit blauem Umkreis. Oh, er ist hier. So, die Frage ist, wie komme ich jetzt, muss ich da jetzt hoch oder was? Scheiben wir schon. Ist ja alles gleichzeitig drücken hier. Jawohl. Okay. Okay. Schön. Wenn der Flüchtige hier entlangkommt, bin ich bereit. Haha. So. Da rein noch was? Nee. Doch. Hier rum. Okay, da unten sind noch mehr. Ja. Oh nein. Ich kann nicht mehr kämpfen. Oh nein. Oh nein. 할is. Okay. Oh nein. So, hier geht's weiter. Okay. Ich glaube, wir kriegen ihn noch. Was ist das für ein Scheiß? Was ist das für ein Scheiß? Was ist das für ein Scheiß? Ich muss das runter. Nein, nein, nein! Ja, irgendwie schon, ne? Würde ich hier reingeraten, ne? Nein, 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 nein! Wir wollen helfen! Wer seid ihr? Wetter, immer weiter! Wir holen dich sobald es geht! Gut. Gut. ... 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 Denke ich doch am Arsch, wieso springt der denn nach links? ... ... ... ... ... ... Das war's für heute. 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 Das war's für heute.